Das bin ich, das ist meine kleine Kamera und wir befinden uns hier am schönsten Ort der Welt, nämlich, das war nicht so die beste Idee hier aus dem Fenster zu kraxeln. Ein einfaches Leben in einer superschönen Fashion und immer wieder neu werdenden, ja man könnte fast sagen Live-Dokumentation. Mein Ziel ist es mit meinen Videos euch anzuregen, selber zu lernen, euch weiterzuentwickeln und um Recycling geht es hier auch, es geht um Nachhaltigkeit. Auch hier aus meinem zweiten Wohnsitz wird es wahrscheinlich eine ganze Menge Videos geben, denn ich bin viel unterwegs, treffe viele interessante Leute und auch das soll mit rein, das ist ein Teil von mir, dieses Unstädte, dass es wirklich wichtig ist und das bequatsche ich mit euch in diesen Videos, das möchte ich euch beibringen, wie ihr das selber für euch rausfindet und ich möchte einfach euch werte... Und hier befinden wir uns direkt über dem Innenhof mit der kleinen Werkstatt. Es gibt nämlich von mir eine ganze Menge Sachen, die man mit der Hand selber machen kann und die ihr auch nachbauen könnt und das erkläre ich euch da unten. Ich liebe es Sachen zu bauen und ich liebe es vor euch zu teilen, es zu verbessern, Feedback zu kriegen und vielleicht einem oder anderen die Angst zu nehmen, selber was zu machen. Arbeitet mit euren Händen, er schafft Werte. Die schönste Ausrede für eine Man Cave ever. Hier gibt es natürlich auch alltägliches Familienleben und Rumkabbeln, aber keine Basecaps und den coolen Shit, den die ganzen Kids feiern. Hier gibt es das pure Leben, wie es eben ist. Ausschlappen, Wollmützen. Hast jetzt den Hund geschlagen. Was machst du eigentlich? Mein Ziel ist es, Werte zu schöpfen durch Video. Und eine der besten Sachen dieser Kanal ist und bleibt absolut werbefrei, genau auf unserem Briefkasten. Und meine gesamte Arbeit für euch ist und bleibt kostenlos. Ich möchte, dass wir eine Gemeinschaft bilden, dass wir uns austauschen mit den Erfahrungen, die ihr vielleicht mit den Tipps gemacht habt und mit der Unterstützung, die ihr mir geben wollt. Ich erzwinge nichts. Es gibt keine Werbe... Aber es gibt Lienchens. Und genau wie Lienchen eine meiner größten Unterstützerinnen ist und total wichtig dafür, dass diese Videos entstehen, seid ihr wichtig dafür, dass ich jemanden habe, den das Ganze erreicht. Das heißt, wenn ihr die Videos seht und sie euch wirklich zu Gemüte führt und vielleicht einfach mit mir teilt, was euch bewegt hat daran, was euch weitergebracht hat. Das ist das Wichtigste überhaupt. Ihr könnt das teilen, ihr könnt das liken. Das ist mir einerlei. Wichtig ist mir, dass es euch etwas bringt. Wenn dem so ist, teilt es mit uns. Herzlichen Dank. Wir sehen uns auf Patreon. Ciao mit V, euer Kekkererd.